Was halten Sie von BankingCheck und dem jährlich stattfindenden Award? Es ist eine großartige Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen, die es uns erlaubt, objektive Kundenmeinungen einzuholen und auf Basis dessen das eine oder andere zu verbessern, umzusetzen und zu reflektieren. Wie wichtig sind Ihnen die Kundenmeinungen auf BankingCheck, auf dem BankingCheck-Portal? Naja, der Kunde steht bei unserem Unternehmen im Mittelpunkt und von daher sind jede Meinung mit jedem Kunden, insbesondere bei einem objektiven Vorteil des BankingCheck, sehr wichtig, weil wir nur daraus lernen können, das Produkt verbessern können und am Ende des Tages auch unseren Kunden glücklich machen können. Würden Sie im nächsten Jahr wieder am BankingCheck Award teilnehmen wollen? Auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass weitere Kundenstimmen kommen und noch mehr Feedbacks da sind, die wir im Zweifel auch umsetzen können. Wie gefällt Ihnen die bisherige Veranstaltung? Große Klasse, tolle Atmosphäre, tolle Leute, gutes Essen und gute Getränke. Planen Sie auch, entsprechende Kundenfeedback in Ihrer Bank oder Organisation Dinge umzusetzen? Wie zum Beispiel auch Ihre Angebote und Produkte dahingehend zu verbessern? Zweifelsbreit, die Rückmeldung vom Markt ist für uns mit das Wichtigste und Stillstand ist der Tod. Von daher sind wir immer bemüht, die Kundenmeinungen so gut einzuholen, zu reflektieren und da, wo auch Anpassungsbedarf besteht, das auch umzusetzen. Herzlichen Dank! Bitte!